Im Treppenhaus war es dunkel, still und ruhig, bis auf ein gelegentliches Ächzen der Heizungsrohre. Die Stufen waren alt und knarrten wie verrückt. Ich kam jedoch zu dem Schluss, dass sie immer noch weniger Lärm machen würden als der altertümliche Fahrstuhl. Ich trat vorsichtig auf und möglichst nahe an der gefließten Wand. Das erlaubte mir beim Hinaufgehen einen Blick zu den oberen Stockwerken und verhinderte, dass ich die alten Bohlen in der Mitte belastete, wo das Knarzen am lautesten war. Die Schlagringe fühlten sich kalt an in meinen Händen. Ihre Berührung war dennoch beruhigend. Als ich mich dem oberen Ende des dritten Treppenabsatzes näherte, hörte ich gedämpfte Stimmen. Die Tür zu meinem Büro stand weit offen. Im Eingang sah ich einen Mann mit dem Rücken zum Flur. Ein weiterer Mann mit einer Taschenlampe leuchtete in die oberste Schublade meines Aktenschranks. Der Mann, der mit dem Rücken zu mir stand, hatte einen Kabelkopfhörer im Ohr. Ich sah das durchsichtige Kabel, das in seiner schwarzen Lederjacke verschwand. Er trug Jeans und Stiefeln mit dicker Sohle. Eine Strafverfolgungsbehörde. Aber sicher nicht die Polizei. Derartige Ohrhörer gehören beim NYPD nicht zur Standardausrüstung und die meisten Beamten wollen die 100 Dollar nicht locker machen für das Privileg. Das war nicht cool auszusehen. Der FBI-Etat reichte für einen Kabelkopfhörer pro Agenten, aber das FBI hätte einen Mann im Eingangsbereich postiert und sie hätten sich nicht die Mühe gemacht, die Münze an ihren Platz zurückzulegen. Doch wenn es nicht Polizei oder FBI war, wer dann? Die Tatsache, dass sie securitymäßig ausgestattet waren, machte mich nervös. Das hieß, sie waren organisiert. Es waren nicht ein paar Crack-Süchtige, die sich rasch ein paar Dollars verdienen wollten. Ich kroch die letzten Stufen auf allen Vieren nach oben. Ich hörte, wie Männer miteinander flüsterten, aber ich verstand nichts. Der Mann mit der Taschenlampe in meinem Aktenschrank hatte nichts gesagt. Es musste weitere Personen im Raum geben, die ich nicht sah. Als ich näher kam, wurden die Stimmen deutlicher. »Schon was gefunden?«, fragte jemand. Der Mann schloss die Schublade und zog die nächste auf. »Nichts, was einen Bezug zur Zielperson hat«, sagte er, während er eine Akte auswählte, aufklappte und mithilfe der Taschenlampe zu lesen anfing. Zielperson. Das Wort traf mich wie ein Schock und setzte Adrenalin frei. Meine Nackenmuskeln spannten sich und mein Atem ging schneller. Sie hatten mich nicht gesehen. Ich hatte zwei Optionen. Mich hier herauszuschleichen, in mein Auto zu setzen und die ganze Nacht wie ein Irrer zu fahren, um dann vom Nachbarstaat aus die Polizei anzurufen. Oder aber in das erste Taxi zu springen, das ich sah, und mich zur Richter Harry Fords Wohnung auf der Upper East Side bringen zu lassen, um von Harrys sicherer Couch aus der Polizei mitzuteilen, was los war. Beide Möglichkeiten waren vernünftig und klug und enthielten so gut wie kein Risiko. Aber so war ich nun mal nicht. Ich stand geräuschlos auf, hielt die rechte Faust unters Kinn und stürmte auf die Tür zu. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020